ja hallo und willkommen zu einem neuen video ich wollte euch noch mal wollte mit euch noch mal ein bisschen weiter bei pixels advance kommen und ja ja danke auch so gerade echt unfair ich konnte gar nicht mehr ausweichen also am meisten habe ich ja hierbei auch die goldenen abgesehen die sammle ich immer komplett ein wo leute das war krass das fies gestorben und einen plassen hat alles trotzdem abgefeuert worden das war krass ja und da war halt eben auf meinem neuen intro also im produktionsbild oder intro weiß ich jetzt nicht gerade und war halt eben das mal eben das super zu sehen und ich mag das und wenn ich mich auf jeden fall sehr freuen wenn ihr überhaupt aus imperien sein denn ich bin irgendwie richtig bei euch aus imperien ich find das richtig cool Wenn ihr für die Rebellen seid, ist mir eigentlich wurscht, ist mir einfach nicht schlimm eigentlich. Hauptsache ihr guckt meine Videos. Aber ich würde euch sagen, wenn ihr die großen Imperium seid. Das Star Wars halt eben. Das war's. Okay, yes! Scheiße! 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 I hate a daughter, so you can come in! Sorry! I'll have to kill you! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! wow 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 jetzt bin ich schon von level zu level das ist level und uplevel Die wird sehr aggressiv, also sehr schnell und wenn ich jetzt damit schnell mal aggressiv Ich bin hier, ich bin hier. Ich schneide, weil ich das nicht mehr. Ich schieße sogar vier Bälle. Ich habe das nicht mehr Zeit. Ich habe ein bisschen Platz geschaffen. Mein bestes Score ist noch lange nicht da. Mein bestes Score ist 1.1.72 oder 71. Ich weiß nicht. Naja und auf jeden Fall wird das Spiel immer schwieriger und schwieriger. Ich möchte mit euch alle mein Spiel noch verbessern. Ich bin hier. Scheiße. Ich bin hier. 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 Nein! Alter! Sehr gut, Leute. Das war's mit dem Video. Mit dem Video. Tschüssi!